Fertig? Ja, das läuft schon. Wir sind hier bei Mauser. Ja, Mauser hat was ganz Innovatives, was richtig Tolles, Großes rausgebracht. Sagen wir mal, wir haben sogar drei Produkte rausgebracht, die mich persönlich richtig faszinieren. Und die Zeit kann gar nicht besser sein als jetzt, denn mir knurrt mächtig der Magen und Mauser hat mich überzeugt. Denn einmal haben wir hier das Mangalitza-Schwein. Dann haben wir wilden Geflügel, Rotwildsalami, Wildbraten, Gänsebrust und ein anderer Satte-Schwein. Das Ganze zubereitet in diesen Produkten. Ich werde jetzt zum allerersten Mal, ja, nicht geflunkert, jetzt zuerst das Mangalitza-Schwein probieren. Das Schöne ist bei diesem Schwein. Man braucht keine Waffenbesitzkarte, keinen Waffenschein. Man braucht nur etwas Geld, ein bisschen Geduld und dann auch könnt ihr ohne Probleme dieses Mangalitza-Schwein haben. Aber nun erst mal Probeessen. Ein wahrer Gaumengenuss. Dieser erste Moment, wenn die Zunge in Kontakt mit diesem Mangalitza-Schwein kommt, ja, das ist wie eine Explosion. Man kann es schon als Lust bezeichnen. Also, richtig mega lecker und ich muss ehrlich sagen, ich steige um. Waffen interessieren mich ab jetzt überhaupt nicht mehr. Ich gucke mal, ob ich hier noch andere Würstchen und Schinken finde. Ich finde, man sollte auch die EWA umnennen in Internationale Wurstausstellung. Das war's von mir. Wurst-BB2K Airsoft. Hervorragend.